Bei welcher Challenge haben Abiturienten 2019 Preise und Prämien im Wert von über 70.000 Euro gewonnen? Die Kapitäns-Challenge geht in die nächste Runde. Diesmal mit noch mehr Challenges, Action und noch fetteren Gewinn. Was ihr dafür tun müsst? Registriere deine Stufe kostenlos bei abihome.de und lade deine Mitschüler zum Stufen-Account ein. Alle zwei Wochen könnt ihr dann an spannenden Challenges teilnehmen und zahlreiche krasse Gewinne eintüten. Melde dich und deine Stufe jetzt und startet sofort. Bei der ersten Challenge gibt es direkt mal 5.000 Euro für euren Abiball. Nicht genug? Okay, dann macht auch direkt bei der zweiten Challenge mit und schickt uns das coolste Abimotto 2020. Das beliebteste Motto erhält Abishirts und Hoodies für die ganze Stufe gratis. Also los, anheuern und mitmachen! Also los, anheuern und mitmachen!